dass ich Angst habe, dass wir das bis zur Eröffnung nicht schaffen und die Eröffnung ist in zehn Tagen übrigens. Hallo Leute, was geht, ein neuer Tag, meines Glück, ja, Wika macht sich grad fertig, ich bin schon fertig angezogen und wir fahren heute wieder ins Studio, machen ein bisschen sauber, wie können wir ein bisschen Content produzieren, ich würde das, was wir gestern bei Ikea geholt haben, aufbauen und ja, mal gucken, wie weit wir kommen, wir nehmen euch ganz natürlich mit und jo, guck, wie kann ich es? Hi, guten Morgen, ich bin fertig, cool. Ja, ich muss jetzt gleich noch mit den Noten raus und dann gehts los. Morgen, Shaya, hallo, gehts dir? Hallo? Kassi, Ulet, komm, alles. Ja, hat jemand nicht Bock, morgens aus dem Bett rauszukommen? Oh, was für ein schöner Morgen, Leute. Kann er nicht mit Pulli rausgehen, ohne sich den Arsch abzufrieren. Shaya. Und los? Los? So, Leute, im Studio angekommen und hier könnt ihr das ganze Chaos sehen. Ein Teil davon ist von Ikea, ein Teil davon ist mein Schrott, das heute von U-Pairs abgeholt wird. Wika gönnt sich ein Teechen, ja, sie ist bisschen verschnupft, weil hier ist tatsächlich ein Ticken kalt, ich hab das bisschen die Heizung aufgedreht und jo, ich würde jetzt bisschen die Sachen aufbauen. So, ich dachte, Shaya hat wieder irgendwie umgespielt. Ja, also ich muss einen Tisch aufbauen, dann muss ich noch einen Tisch aufbauen, dann muss ich einen Beiwagen aufbauen. Oh, dann krieg ich drauf und zeig. Ja, ich mach's einfach. Und das ist schon, schon sei ein, das ist schon ein richtig großes Mal, die ich mit so groß. Ja, Leute, wir überlegen tatsächlich, ob dieser Tisch hier nicht so groß ist für den Couch und dass es nicht so überladen aussieht. Ich zeig euch einfach mal, wenn man hier reinkommt, mit meinen Sexy Latsch, ähm, hat man halt nur noch ganz bisschen Platz und hier würde ja schon die Arbeitsfläche anfangen. Also hier würden schon die Stühle kommen und das ist das schon alles. Ich hab gestern einen ganz, ganz kleinen Tisch ausgesucht, viel, viel kleiner als der und komplett ausreichend als Ablagefläche. Und das Ganze, Schatz, hier werden noch Vorhänge kommen, also das wird auch noch ein kleines bisschen so abgeschottet mäßig sein. Weißt du, da ist noch weniger Platz. Ich mag halt diesen Freiraum, mag ich so gerne. Aha. Ja, ich glaube, wir sollten uns echt zu verorten holen. Die sind klein. Wäschebrette, äh, Wäschebrette, äh, Bügelbrette. Ja. Der ist schon richtig riesig, aber du kannst den jetzt nicht mehr zurückgeben. Ja klar. Der ist schon reingebohrt. Hä, der ist schon zusammengebaut, ist doch geil. Die werden das nicht mehr zusammenbauen. Da müssen wir mal fragen. Ich mag halt diesen Space hier. Der darf nur noch zerquatschen sein oder so. Da musst du keinem zurückgeben. Na, darüber machen wir uns noch Gedanken, aber mir würde, glaube ich, dieser Freiraum, hier fehlen. Also ich weiß nicht. Leider, guck mal, ich bin schon richtig ausgebrochen hier. Das ist schon wieder. Das ist, das ist Zucker, Leute. Das ist der Zucker. Ich merke das sofort. Also meine Haut grecht sich sofort an mir, wenn ich so viel Zucker gemompt habe in den letzten Tagen. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt an den Schnitt machen. Ich habe einiges, was ich bearbeiten und schneiden muss. Und, ähm, ja. Das muss ja auch gemacht werden. Das ist das, was ich, glaube ich, jetzt ein paar Mal meinte. Das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, dass wir uns nicht so 100% voll und ganz auf den Aufbau konzentrieren können. Also ein paar Tage ging das schon, aber man muss halt eben weiter arbeiten, weiter Content produzieren und so weiter und so fort. Deshalb, ähm, ja, muss irgendjemand schneiden und Fotos bearbeiten und Videos, und das mache ich ja alles selbst. Deshalb, ähm, ja, werde ich mich jetzt auf jeden Fall daran begeben. Bezüglich des Tisches überlegen wir uns das nochmal. Falls ihr bei der Eröffnung diesen Tisch nicht seht, wisst ihr, dass wir ihn zurückgebracht haben. Das ist mittlerweile ein Bauhaus. Ja, Tisch von Ikea ist eindeutig zu groß für Vika. Und für mich auch. Er sieht einfach viel zu groß aus. Jetzt habe ich mir hier eine Tischplatte besorgt und gehe mit dem Ganzen hier zum Zuschnitt. Mal gucken, was er uns da hübsches drauf zaubern kann. Beziehungsweise wird. Seid gespannt. Und ja, hoffen wir mal, dass er Sinn kriegt. Nachrichten. Leider kann er das nicht. Deswegen muss ich nach Hause und die ganze Schose selber machen. Ja, so sieht's aus. So Leute, und so sieht das Ganze aus, wenn ich das einmal auf Maß zuschneide. Ja, sollte echt Tischler werden. Falschen Beruf gehält. Nein, also die Wände sind halt extrem schief, aber... Nein, das sieht super aus. Das gefällt mir richtig gut. Jo. Are you happy? Ja, voll... voll schlimm. Man fühlt sich etwas und dann passt das überhaupt nicht, weil man überhaupt nicht diese Vorstellung hat. Ja. Also diese räumliche Vorstellung, weil bei Ikea ja alles so riesengroß ist. Und dann sieht so ein Tisch wie klein aus und dann kommst du hier her und dann ist es so riesengroß. Ja. Ne, tatsächlich müssen wir hier praktisch fast alles maß am Hattie. Alles auf maß. Aber das sieht jetzt richtig toll aus, wenn ich auf keinen Platz. Ja. Das ist richtig schön. Ja, ja, ja. Nein. Cool. Dann geht's weiter jetzt mit dem... Service... Servicewagen? Servicewagen? Ja. Keine Ahnung. Ja. So, Servicewagen aufgebaut. Äh... noch ein Teechen getrunken mit ein bisschen Keksen. Das Schei steht auf ihr Leben. Und jetzt sind wir dran, die Gardinen einzubauen. Beziehungsweise Vika bügelt jetzt schön die Gardinen. Schön machst du das. Ich hab schon die Vorrichtung da oben an die Decke angebracht. Gleich muss das Ganze nur eingehängt werden. Also da... da... So drei Stück haben wir gedacht, das wird schon halten. Ist ja nicht so viel Belastung drauf. Ja, und rechts und links kommen... Jetzt sag ich mal hier... Und hier kommen ein paar Gardinen dran. Wir gucken mal wie es aussieht. Ich bin sehr gespannt. Vika auch. Und... Ja, wir zeigen euch gleich das Ergebnis, wenn es an der Wand hängt. So, Leute. Vieles ist passiert. Und zwar... die Gardinenstange installiert. Wie ist das passiert? Ja, Vika bearbeitet immer noch weiter Content. Und ja, wir haben da mittlerweile die Gardinenstange samt Gardinen angebracht und sind zu dem Urteil gekommen, dass wir noch zwei davon holen und hier noch in die Mitte machen. Also keine Ahnung. Ich weiß es immer noch. 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 Ja. Und ich war in der Zwischenzeit mit meinem Dad beim Baumarkt und hab Dietz unseren Platten abgeholt. die wir dann hier an die Wand dran tun. Fokus. Ja. Bin ich sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Und ja, mal gucken. Ich habe eigentlich Bock, die Platten heute schon zu installieren. Ja, wir haben aber irgendwie Hunger. Essen müssen wir auch. Ja, guck ein bisschen hoch. Oh mein Ei. Naja, wir berichten weiter, wenn wir wissen, was wir essen. Ich wollte nur gut sagen, das ist natürlich der Nachteil, wenn man eben nicht zu Hause arbeitet und nicht mal eben ein Herz zur Verfügung hat, um zu kochen. Das ist schon ein bisschen blöd, weil ich bin halt, ich brauche immer zwischendurch Pausen. Ich arbeite ja sehr viel am PC und wenn ich irgendwas bearbeite, Fotos, Videos, keine Ahnung, ganz egal. Ich brauche immer wieder mal Pausen, um das, also manchmal, wenn du die ganze Zeit das Gleiche dir anguckst, siehst du die Fehler nicht. Und dann musst du mal ganz kurz durchatmen, um dann nochmal dich ranzusetzen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Und das ist der ideale Moment, um dann halt eben ganz schnell was zu kochen. Ich habe hier aber keinen Herd, keine Produkte, also keine Lebensmittel. Und ja, das ist ein bisschen doof, da müssen wir für die Zukunft auf jeden Fall überlegen, was wir da, wie wir das Problemchen lösen. Eigentlich sollten wir zu Ikea, aber nach gestern habe ich keinen Bock so spiel zu Ikea, wenn dann müssen wir das vormittags erledigen. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass ich zwar Content produziert habe, aber ganz viel im Videoformat und ich habe gar keine Bilder mehr, die ich so zwischendurch mal posten kann und das ist richtig scheiße. Eigentlich müsste ich jetzt mich schminken und Bilder machen, aber ja. Gar nicht so einfach alles, überhaupt nicht. Ich kann mir die Kugel geben. Ich habe das Gefühl, wir bewegen uns in so kleinen, mini, mini, nicht mini, mini Schritten, dass ich Angst habe, dass wir das bis zur Öffnung nicht schaffen. Und die Öffnung ist in 10 Tagen übrigens. Wir schaffen das. Wir werden sehen, was wir bis dahin schaffen. Wir schaffen das, was wir schaffen, was wir nicht schaffen, dann ist das auch so, ne? Kann man ja auch nichts machen. So, mittlerweile zu Hause angekommen. Und zwar gibt es jetzt Essen von gestern. Und zwar ist das Ofenkartoffeln, jetzt haben wir noch Kichererbsen dazu bezahlt, ein paar Kräuter und Tomaten. frische Tomaten. Jo, wir haben jetzt das Ganze abgebrochen, beziehungsweise wir hatten so Hunger. Und Bika war so lieb und hat uns beiden noch was gekocht, aber sie ist genauso wie ich komplett fix und fertig. Und ich danke dir, mein Schatz. Lass mir das jetzt schmecken. So, wo ist der? 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 Ist der da oben? Komm, da oben ist er. Da! 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 Da, eine! Das ist nicht! Wir werden diese. Da! 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 Was? Schnapp! Oh, der Susi! Oh, mein Susi! Das? Das ist ein Bärber! Ah, jetzt hast du ihn! Oh! Das ist so süß! Dann gibt man ja! Ja, Leute, irgendwie ist heute... Ich habe das Gefühl, nicht so richtig voranzukommen. Aber es ist halt einfach so, dass nicht immer alles von uns abhängig ist, sondern auch von anderen, von dritten. Und da heißt es halt immer... Nicht immer, aber oft halt eben warten. Und wenn du aber weißt, und das ist bei mir halt eben der Fall, wenn du weißt, dass du so unglaublich viele Sachen noch im Hinterkopf hast, beziehungsweise so viele offene Projekte hast, und die halt eben auf der Strecke bleiben, ich weiß nicht, es stresst mich total. Ich hasse es, Dinge angefangen zu haben und nicht beendet zu haben. Das stresst mich total. Auch das Vloggen momentan stresst mich so ein bisschen, weil ich weiß, wir vloggen, 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 aber keine schneidet diese Vlogs. Deswegen habe ich mich heute, also jetzt seitdem wir zu Hause sind, habe ich mich an unseren ersten Vlog gesetzt. Hab den auch jetzt soweit fertig geschnitten. Bin auch sehr froh darüber. Und ihr seht es schon, wie fertig ich einfach aussehe. Ich kann auch nicht mehr. Ehrlich. Ich bin froh. Sehr, sehr froh. Wenn wir durch sind. Wenn wir fertig sind. Ich meine, dieser Vlog ist für uns ja auch wie so eine Art Videotagebuch. Deswegen möchte ich auch meine Emotionen ein bisschen festhalten. Und heute ist mal wieder einfach so ein Tag, wo ich heulen könnte. Weil, ich weiß nicht. Ich bin... Ich bin einfach genervt, dass es nicht richtig vorangeht. Ich bin genervt, dass ich so viel mir vorgenommen habe, und dann nicht hinterherkomme. Ja. Ich bin genervt, dass ich keine Zeit zum Kochen habe. Ich bin genervt, wenn ich hungrig bin. Ich bin einfach nur genervt. Aber was mir heute wirklich ein kleines bisschen so ein Licht am Ende des Donalds bereitet hat, war das Video, also der Vlog, den ich jetzt gerade fertig geschnitten habe. Und Alex meinte, wir haben gerade Probe geguckt. Und er meinte, der ist ganz gut geworden. Und es freut mich natürlich. Danke Baby. Sehr, sehr beeindruckt von deinen Cutter-Künsten. Und ich hoffe, ich werde auch eines Tages dir ein ebenbürtiger... das wirst du. Mit Sicherheit. Ja, soviel dazu. Ich werde jetzt noch ein bisschen so einen Feinschliff machen. Das Ganze wahrscheinlich dann auch über Nacht schon hochladen. Und wir werden auch gleich schlafen gehen. Was mir auch noch ein bisschen Gedanken oder Sorgen bereitet, ist unser Essverhalten, unsere Ernährung momentan. Wie gesagt, ich habe nicht die Zeit zum Kochen und ich hasse es. Ich hasse es, ungesund zu essen. Ich merke das, wie sehr wir auf irgendwelchen Keksen und Joghurt und keine Ahnung, so Zeugs einfach, wo Zucker zugesetzt ist, kleben geblieben sind. Oder Chips gestern. Bestes Beispiel. Ich weiß es nicht. Das macht mich richtig fertig. Also erst einmal sieht man das, also meine Haut zeigt das sofort. Zweitens, ich finde, wirklich gute, gesunde Ernährung und diese Erfahrung habe ich schon des Öfteren gemacht. wirklich gute, gesunde Ernährung gibt dir auch sehr, sehr viel mehr Energie. Du bist viel, viel leistungsfähiger einfach. Und mit dieser Ernährung merke ich einfach, wie kaputt ich bin, obwohl ich eigentlich noch zehnmal so viel leisten könnte. Versteht ihr? Also, ich weiß nicht. Nichts zu essen ist keine Lösung, aber das, was wir essen, ist halt eben auch nicht wirklich die ideale Lösung. Ich bin froh, sehr, sehr froh, wenn der Stress so ein kleines bisschen vorbei ist und ich werde mich dann auf jeden Fall ransetzen und mir Gedanken machen. Entweder fahren wir dann immer zum Mittag nach Hause und essen zu Hause. Schön lecker, gesund oder ich werde uns Salate machen, die wir dann frisch im Studio essen können. Also, irgendwas werde ich mir auf jeden Fall einfallen lassen, aber so wie es jetzt momentan läuft, das geht gar nicht. Hallo. Scheiße. Scheiße, mein Lieblingskumpel. Ja, Leute. Das war es eigentlich auch schon mit diesem Vlog. Wir hoffen natürlich, dass euch dieser Vlog hier gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ich auch so. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei unserem nächsten Vlog wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Mua. Ciao, Leute.